Ein fucking Glurak! Oh mein Gott! 1800! Oh shit, wenn das flieht, ne? Bitte häng dich! Ich würde so hart! Ich würde so hart! Nein, 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 bitte! Bitte! Bitte, wenn das mir flieht, ne? Ich würde so ausrasten! Das wär die ganze Pumpe! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh, ich bin so unter Adrenalin, ey! Ich komm da hinten! Wie kann ein Glurak vom Nockmodul spawnen? Wie... Wie geht das? Oh, ich hab's nur getroffen! Ich hab elf! Ich hab... Ich hab elf noch! Nein, nicht abholen! Ich muss abgehauen! Es zögert schon! Wie sitzt der denn vor dem Sturm? Ich hab... Ich hab so einen hohen Puls, Mann! Digga, weißt du, wie Glurak... Weißt du, wie... Weißt du, wie... Weißt du, wie Glurak selten... Ich hab noch neun Hyperbälle! Fuck! Warum seh ich das eigentlich nur immer? Das ist drangeblieben! Tja! Glurak! Mir wird schon halt Profilin, Alter! Was? Es bleibt... Es hat 1800 bei mir einfach! Es ist so... Nur Drachenklaue! Das ist das schlechteste Moveset! Oh! Drachenklaue will man eigentlich nicht bei dem Glurak haben! Ist doch egal! Hallo! Das ist wild! Ja! Ja! Nice! 1800 hat's einfach von mir! Wenn das jetzt Glutfeuersturm hat, ne? Oh mein Gott! Glurak, Alter! Du sprichst einfach den ganzen... Glurak, Alter! Egal, aber... Oh mein Gott! Ey, jetzt zeig ich einfach... Oh, shit! Ich hab noch zwei Hyperbälle! Vom Lockmodul! Wie kann das bitte vom Lockmodul spawnen? Ey, sonst muss das ja irgendwo in der Nähe gewesen sein! Weil das... Diese Pokémon, die ich spawnen, werden alle vom Lockmod... Werden ja alle angelockt! Also von der unmittelbaren Umgebung! Aber du, Drachenklaue ist jetzt zwar nicht gut, aber ich bin so hart am Zittern, ne? Scheißegal! Goldini ist gespawnt! Das hab ich schon gefunden, Leute! Das sag ich auch! Ich bin so hart am Zittern, Mann! Dein fucking Glurak! Alter! Mann, du redest einfach die ganze Zeit! Oh bitte, Glurak! Bitte, Glurak! Oh bitte, Glurak! Nein, da hab ich nicht die Dings aufgenommen, die Reaktion! Ich hab mich nur einfach rausgerastet! Ja, Digga! Weißt du, wie selten das ist? Das ist seltener als Dragoran! Ja, ich weiß! Aber wir haben es ja etwas gefangen! Vom Lockmodul! Ich würd' sagen, das schick ich gleich mal in die Gruppe! Ich hab ja eine Pokémon! Ne, ich hab ja keine Scheine mehr! Ah, 1800! Das ist echt hoch eigentlich! Ich hab jetzt 1300! Aber leider hat's Glurak, glaube! Geil! Glumander ist gespawnt! Alter, was ist hier los? Oh mein Gott, Mann! Kann ich nochmal powern? Wir sind schon echt nack, oder? Ja, jetzt aber nur wegen nem Glurak, Mann! Wie kann man ein Glurak vom Lockmodul? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil das so selten ist! Und das war ein einziges Lockmodul, ne? Also ich würd' sagen, mein Lockmodul war sehr sehr legend! Oder ist der selten? Oder ist der selten? Oh, das ist schon ganz kalt! Aber jetzt... Aber jetzt bin ich... Aber jetzt bin ich glücklich! Jetzt bin ich echt glücklich! Weil jetzt haben wir das, was wir wollten und... Ich hätt' es niemals geschafft, heute zu fahren! Ja, eigentlich wolltest du ja es eher! Vor allen Dingen... Und Julian sagt so... Wer nach dem Event noch kein Glurak hat, dann weiß es aber auch nicht mehr! So, jetzt guck' ich mal ein Pokédex! Oh mein Gott! Und das aussieht, Mann! Jetzt wird das nur noch Tordruck! 130 Einträge! 99! 130 und 140 gesehen! Boah, wenn du das aufmachst, dann ist das... Ich kann doch mal gucken, was bei Glurak steht! Glurak fliegt durch die Lüfte, um starke Gegner aufzusprühen... Aufzuspüren! Sein heißer Feueratem bringt alles zum Schmelzen! Alles... Aber... Alles... Ne, was? Ach so! Aber es richtet seinen Feueratem nie auf schwächere Gegnern! Ich melde mich da, ne? Gehst du da mit Leonie? Ne, mit du ja! Äh, äh... Ich wein' Leonie! Ich lebe mit Leo! Ne, mit... Mit Leo! Ich lebe mit Leo! Also... Das ist doch geil, ne? Alter! Freund, du hast... Du hast von erst... Du Textor entwickelt, ne? Jetzt hast du einfach Glurak gefangen! Ist auch schon alles dabei! Das ist doch gar nicht so geil! Glumander ist wieder gespawnt! Ja, wahrscheinlich, ne? Ja! Kann man machen, ne? Das ist echt schon echt sehr krass! Wie viel sehen? 300! Naja... Egal! Ich verschicke die immer jetzt, damit ich mein Glurak baue! Wenn die jetzt andauerlich gespawnen! Aber... Das ist natürlich so ne Sache, ne? Weil... Stell dir vor, am Ende spawnt da wirklich doch irgendwie ein Dracoran oder was! Wenn jetzt schon mal ein Glurak spawnt! Das seltener ist, als die jetzt andere Pokémon hast! Das wird's... Und das wird's einfach besitzen! Ich glaub sogar, das ist fast seltener als, äh... Als, ähm... Dings, wer ist das? Ähm... Als... Schanera oder so! Ich weiß nicht, was hast du, ne? Ich hab jetzt die ganze Zeit mein, äh... meine Aufnahme an! Fuck, man! Äh, Leute, ich mach jetzt mal, glaub ich, aus! Oder ich merh' dich einfach wenn irgendwas spawnt dann noch... Ja, aus! Löscht doch gleich diese Tartei, ja! Tartei! Dazu! Datei! 9, pink! Nein march! Das guck ich so auf die... Es müsste, das müsste einfach so... Es müsste einfach so... Nee... eh nicht! Nein! Du wärst... Du wär's mehr eskaliert! Nicht nur so, ja hier wird auch mit der Flur... Ja gut, ja... Ja... Wolltest du nicht, willst du hier hinlaufen? Ne, brauche ich nicht, habe ich, glaube ich, nicht nötig. Ja, du hast schon genug davon. Aber eigentlich, hey, eigentlich geht das gleich, weil ich wieder Samensporn generell auch selten. Ich stelle immer vor, bei dir zu Hause war das schönes Erpacken, dieser Florsporner. Alter, andauernd dreht sich der Pokéball so beschissen. Meine Firma, die eskalieren. Eskalieren? Ich würde eigentlich schauen, dass ihr bis zum Schluss hierbleiben. Ja, ist doch, hier ist dieser noch, diesen Blender ist noch knapp eine Viertelstunde, halbe Stunde fast noch. Aber dann ist er noch eine Viertelstunde. Das ist doch nicht schlimm. Wir hätten dann spornen nichts mehr. Boah, ich möchte das unbedingt noch mit diesem Fake-Chip probieren. Ich würde sagen, dann beende ich, aber ne, mach ich mal auf, mach ich einen Cut und dann sehen wir uns dann gleich beim weiteren Pokémon. So, jetzt sind wir gerade. Und noch ein Over-Spawn. Hier ist ein Over-Spawn. Guck mal. Musst du noch mal rausgehen. Das geht nicht. Dein Handy ist eingefroren. Hier ist ein Rieze raus, einfach gespawnt. WTF? Was ist hier los? Gerade im Glurak. Zähl mal bitte, wie das aussieht. Hast du schon gehört? Warte. Was ist da hinten? Ja. Over, ja, hier ist ein Over-Spawn. Alter, ich kann nicht... Boah. Alter, da... Da ist mein Opa drin. Ich spüle meine Finger kaum noch. Jetzt habe ich wieder elf Bonbons. Geil. Oh, mein Handy ist ausgespawnt. Digga, hier ist einfach ein Rieze rausgespawnt. Was zum... Geht wieder. Oh, geht wieder. Alter, Rieze raus ist mega selten, ne? Alter, ich habe noch nicht mal eins. Du... Was, ey. Ja, ich habe auch keins, du... Du hast eins. Ja, doch. Ich habe einen Rieze raus. Ich habe keins. Ich habe nur eins mit 2600. Jetzt müsst ihr da jetzt... Jetzt müsst ihr meins einfach so 2600 haben, ne? Alter, ich glaube, das ist weg. Ich renne hier jetzt hin. What the fuck, Mann. Das ist so legend. Das ist ja noch lang hier. Das wird ja nicht so... Wir müssen aber auch gleich nach Hause. Noch vier Minuten. Das ist gespawnt, ja? Alter, wie riesig das ist, ey. Na, 1200 hat's. Als ob. Ist unsichtbar. Nein. Ich kann's... Ich bin schon dabei zu fangen. Ey. 1300 ist von mir. 1000 ist das nicht so... Mein Handy, ich bin schon wieder. Das ist wegen der Geld, das ist normal. Wenn's... Wenn's fliegen würde, wäre es auch nicht so schlimm. Ich habe ja schon eins. Aber ein zweites zu haben wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Alter, halt immer. Alter, wir müssen gleich nach Hause, ne? Aufreicht. Mit dem Pokéball. Mit dem Pokéball. Mit dem Pokéball, ja. Trinko, wie... Was? Wo, wie gesagt, ich muss mal Pokémon neu gestatten, bitte. Die haben stille Viehenda. Wartest du? Hat zwar nur 1200 Euro. Wartest du auch nicht, ja? Ja, klar. Ich schreibe meinem Vater einfach, dass wir ein bisschen später kommen. Oder frag ihn doch, ob er uns da oben abholen kann. Dann sind wir schnell zu Hause und wir frieren nicht mehr so. Frag ihn doch mal. Frag ihn doch mal.